ich kann das team gar nicht wechseln das ist ärgerlich leider kann ich mir mario nur einmal die dumm bin ich eigentlich dumm willst du sein ja ja Das war's. Diese Ruhe haben wir dann... ...ein EG. Das ist blöd gelaufen. Das ist blöd gelaufen, das ist blöd gelaufen. kommen wichtig Alter, ist er mächtig. Und wieder auf Luigi. Stinge wie im Francher. Ja, das war's, Luigi ist weg, jetzt schon, starte ich gleich neu, macht gar keinen Sinn. Ich kann nicht mal meine Gefährten ändern. Ich hab mich verdrückt. So, Peach macht jetzt die richtig Randalen. Okay. Und, ich kann nicht. Jetzt geht es mir weiter, ich weiß nicht. Und, ich kann nicht nur den Begriff rausnehmen. Sieht jetzt die Randalen in der Jungen. Ich kann nur den Begriff rausnehmen. Und dann gehen wir den Randalen. Und dann gehen wir den Randalen. Und dann gehst du, der Verstand am Randalen in den Randalen. Aber du kannst alles. Wir machen jetzt. Wir warten noch. Das war's für heute. Sehr schöne Hits. Und wieder auf Mario. Oh, vielleicht soll die doch mal hier landen. Und tschüss. Ja, aber ich bin noch dran. Die arme Peach und Mario auch getrocknet und Luigi auch alle drei. Perfekt. Peach ist aber auch noch am Start. Die arme Peach und Mario auch getrocknet. Die arme Peach und Mario auch getrocknet. Dann schön, wenn er trifft. Leider nein, leider gar nicht. Er trifft auch nicht. Super schön. Ich bin mir gar nicht vertreffer. Oh. 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 Oh, oh. Quattro ich kann ja Ich glaube E.G. noch laufe. Ach, das ist natürlich ärgerlich jetzt. Bitte trepp einfach, bitte. Danke. Ich glaube, wir werden alle auf Mario und Tinte. Ich hasse Tinte. Ach, da will ich auch noch mitspielen. Dankeschön. Ich müsste so ein bisschen hinter dem gelangen. Hm. Hm. Achtung! Was kann Peach ausrichten? Ja, dritte Runde. Jetzt schützt er sich erstmal wieder. Sie hat Tinte. Bringt der Schuss auf Bowser was? Nee, bringt der nicht. Probieren wir mal was anderes aus. Komm, Treff, Treff, Treff. Schade. Ich vermute jetzt zwei meiner Spiele sind jetzt weg. Ja, ich bin irgendwie schon mal weg. Es war nur einer, aber... Oh mein Gott. Die ist über die Welt. Oh, wie hast du dich da richtig? Oh, wie hast du dich da richtig? Ich bin tengo Ich hab dich da ... Oh, mein Gott. Was ist das? Was ist das? Oh nein, jetzt ist Peach auch noch weg. Und ich bin bei Mario, der kaum noch Leben hat. Toll, bringt mir gar nichts. Kann nicht mehr wegflüchten. Ja, moin. Ja, leider. Ja, soll ich kapitel beenden oder Schlacht mal starten? Das Problem ist, die Figur, also meine Spieler. Kapitel beenden. Ich probiere das mal so. Ich muss ein anderes Team auswählen. Kampfzentrale. Team. Mario muss bleiben, ist klar. Ich glaube, ich los will. Peach nehme ich mit, weil sie heilen kann. Und die zweite Peach auch noch. Fertigkeiten. Und das irgendwas. Irgendwann ist Radius. Das mache ich mal. Ich glaube, ich nehme das. Ich werde nicht großartig mit Sekunden spielen. Das sage ich so, wie es ist. Aber sie kann noch zulegen. Das mache ich. Das bringt nichts. Gut. Rein in den Kampf. Also, ich muss auch ins Bröhrchen rein. So, springt den Siegel der Dostos. Wir müssen das jetzt endlich mal schaffen. Die extra Linksfote gönne ich mir einfach. Egal. Ich will es einfach nur schaffen. Ich hoffe, jetzt mit dem Team. Einer geht. Einer geht. Nicht viel. Aber egal. Ich glaube, ich kann mir mal... ...Craft-Paket. Dann laufe ich eine Runde. Besteck mich. Der hier. Der hier. Ich nehme erst hier ein bisschen Pitch aus dem Weg. Dann laufe ich dreimal, ne? Zwei. Drei. Und verstecken. Schild. Das hier. Los. Ich bin echt. Gut. Lass mal. Schick mir ein Foto. Ja, das machen wir. Ja, das machen wir. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Wenn ihr wissen wollt wie es weitergeht, schaltet auch unbedingt in der nächsten Folge wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ich würde mich aber auch sehr über ein Abo von euch freuen. Und ja, ihr könnt mich gerne auch mal auf Twitch besuchen, da bin ich regelmäßig live, da entstehen diese Videos hier. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschauen würdet und ein Follow da lassen würdet, wäre nice. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal.